Ute Planert ist eine deutsche Historikerin. Ute Planert studierte Geschichte, empirische Kulturwissenschaft, Volkswirtschaft und Politikwissenschaft an der Universität Tübingen. Nebenbei war sie als Journalistin tätig. Von 1993 bis 1995 war sie Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Im Sommersemester 1996 wurde sie in Tübingen mit der von Dieter Langewische betreuten Arbeit Antifeminismus im Kaiserreich promoviert. 2003 erfolgte dort auch die Habilitation mit einer Schrift über die Revolutionskriege Frankreichs in ihren Auswirkungen auf Süddeutschland von 1792 bis 1841 unter dem Titel der Mythos vom Befreiungskrieg. Planert war wissenschaftliche Assistentin und Hochschuldozentin am Historischen Seminar der Universität Tübingen und Projektleiterin am Tübinger Sonderforschungsbereich Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit. 2007 nahm sie als Visiting-Professor einen Forschungsaufenthalt am Center for European Studies der Harvard-Universität wahr. Seit April 2008 lehrte Planert als Professorin für neuere Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Jahr 2016 hat Planert einen Ruf an die Universität zu Köln auf eine W3-Professur für neuere Geschichte angenommen. Planert gehört dem Herausgebergremium der Zeitschrift Archiv für Sozialgeschichte und der Schriftenreihe Herrschaft und soziale Systeme in der frühen Neuzeit an. Sie ist im Wissenschaftlichen Beirat der Otto von Bismarck Stiftung. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die europäische Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts, die Kriegs- und Nationalismusforschung, die Alltags- und Erfahrungsgeschichte, die Geschlechtergeschichten, die Geschichte der Judgenik im internationalen Vergleich, die Theorie und Methode der Geschichte, die Transformationsprozesse von der alteuropäischen zur modernen Gesellschaft und das napoleonische Appel im globalen Kontext, Schriften. Monografien der Mythos vom Befreiungskrieg Frankreichskriege und der deutsche Süden Alltag, Wahrnehmung, Deutung 1792 bis 1841 Schöning, Paderborn 2007 ISBN 978-3506-75662-6 Antifeminismus im Kaiserreich Diskurs, soziale Formation und politische Mentalität Wandenhöck und M. Ruprecht, Göttingen 1998 ISBN 3-5253-5787-7 . Herausgeberschaften, Krieg und Umbruch in Mitteleuropa um 1800 Erfahrungsgeschichte auf dem Weg in eine neue Zeit Schöning, Paderborn 2009 ISBN 3-506-756613 . Nation, Politik und Geschlecht Frauenbewegungen und Nationalismus in der Moderne Campus Verlag, Frankfurt am Main 2000 ISBN 3-593-365782 .